Mit dieser Aufgabe aus der Punktkinematik sind wir nun bei einem Klassiker angelangt, nämlich dem schiefen Wurf. Ein Motorschlitten verlässt mit einer gegebenen Geschwindigkeit Vs die Aufschüttung im Punkt A. Es ist die Flugzeit vom Punkt A zum Auftreffpunkt B zu bestimmen, die Strecke Groß R sowie der Betrag der Geschwindigkeit beim Auftreffen im Punkt B. Weiters die Beschleunigung auf der Flugbahn von A nach B. Und dazu legen wir sinnvollerweise wieder ein Koordinatensystem fest. Das schaut bei mir so aus, dass Y nach oben zeigt und hier im Punkt B X nach rechts. Wir haben hier eine Geschwindigkeit, mit der dieser Motorschlitten abhebt. Also das Alpha ist da, Vs X. Und wir haben eine Geschwindigkeit am Punkt B, die dann gesucht ist beim Auftreffen. Schaut irgendwie so aus und hat natürlich ebenfalls eine X-Komponente und eine Y-Komponente. Wir wissen aber zuerst einmal nicht, unter welchem Winkel der Schlitten auftrifft. Das kann man so noch nicht sagen. Wir kennen zwar die Hangneigung, aber wir wissen nicht, wir kennen nicht den Vektor Vb noch an der Stelle. Alles andere ist gegeben, ja. Passt. Mal vielleicht als Nebenrechnung gleich. Aus diesem Tangens Beta kann man sich ja die Geometrie berechnen. Diesen Abstand R und die Höhe zwischen Punkt B und A. Das ist klein h. Tangens Beta muss dann h durch R sein. Und wenn das 3 Viertel ist, dann folgt daraus sofort, dass die Höhe 3 Viertel von diesem Abstand R sein muss. Das ist unser Zusammenhang, den man aus dem Tangens rauskriegt. Und die Kinematik selbst. Ich kann ja auch diese Formel für die Strecke verwenden, die man letzte Woche manchmal verwendet haben. Und zwar jetzt vektoriell. Vs ist die Geschwindigkeit da oben in A, wie Sie sehen. Also die wird irgendwie da eine Rolle spielen. Mal T plus und ein Vektor für die Beschleunigung. T Quadrat halbe. S Null nehmen wir sinnvollerweise einfach mal als Null an. Da muss man drüber diskutieren, ob das, wie herum man das macht, ob das sinnvoll ist. Man kann natürlich auch, wenn man sich auf den Koordinatenursprung wieder hinsetzt, so wie letztes Mal, dann schreibt man halt da S Null hin. Dann ist das S Null bei X Null und Y H. Je nachdem. Das müssen Sie sich überlegen, wie Sie das haben wollen. Wie ist die Differenz der Strecke sozusagen hinschreiben und eintragen. Ich habe es jetzt einfach als Null und nehme die Strecke selbst in die Y-Richtung als minus H und in die X-Richtung als plus R. Geht ja auch. Gut. Das ist das einmal, also vektoriell. Und das kann man ja sofort auftrennen, wenn man schon oben die Komponenten haben in einer Vs X mal T in die X-Richtung und ein Vs Y mal T und die Beschleunigung ist die Erdbeschleunigung in die negative Y-Richtung minus G mal T Quadrat halbe. Das sind die beiden Terme, die in die Y-Richtung zeigen werden. So hat man sofort eine Gleichung, die quasi zwei Komponenten liefert. X und Y. Wenn es Fragen gibt, fragen. Haben Sie da zu dem Beispiel, ist unklar irgendwas? Nein, weil es hat nach reger Diskussion ausgeschaut. Ja, und die Beschleunigung hängt ja mit den Geschwindigkeiten ebenfalls zusammen. Für die konstante Beschleunigung können wir gleich die Differenz nehmen, quasi on the fly integrieren, indem wir da einfach obere und untere Grenze voneinander abziehen und durch die durchdividieren. Das geht direkt. Und für die Geschwindigkeit am Ende muss gelten, dass die von der Geschwindigkeit am Anfang abhängt und natürlich von der Beschleunigung, die über eine gewisse Zeit wirkt. Also A mal T. Das ist ganz allgemein das, was man über das Problem aussagen kann. Und das sind einmal drei Gleichungen vektorieller Natur, die vermutlich ausreichen werden, um alles auszurechnen. Aus der Gleichung 1, die steht ja quasi eh schon richtig da, kriegt man einerseits in die X-Richtung. Das SX ist ja R. Vielleicht schreiben wir es auch wirklich so hin. SX, linke Seite, ist gleich R, der Abstand in die X-Richtung. Und laut Gleichung muss der sein, diese Komponente da, weil das ist die einzige, die in die X-Richtung zeigt, VSX mal T. Das ist alles, was in die X-Richtung aus der Gleichung 1 rauskommt. Und in die Y-Richtung, weil man da für S die Y-Richtung einsetzt, VSY mal T minus G mal T Quadrat halbe, ja, haben wir einmal. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite fürs S, ich schreibe es einmal vorsichtig her, H, aber in dem Bildchen da jetzt Minus H. Darauf muss man aufpassen, sonst kriegt man natürlich falsche Vorzeichen. Und das Minus H ist genau das Minus Dreiviertel R, was wir oben hingeschrieben haben, ja. Und jetzt schreibe ich das SY da links her. Also das hier und die beiden Teile sind einmal zwei Gleichungen. Das ist die Y-Richtung. Also ich habe jetzt da beispielsweise 1' in 1'2' eingesetzt. Dann haben wir Minus Dreiviertel VSX mal T. Da hat das R eingesetzt von oben, das ist ja VSX mal T. Ist die rechte Seite VSY mal T minus G mal T Quadrat halbe. Dann kann man ein T rauskürzen. Und daraus sofort mit einer linearen Gleichung das T bestimmen. Dann ist T VSY plus Dreiviertel VSX mal 2 durch G umgeformt. Eingesetzt, VSY, wenn wir raufschauen, war VS Sinus Alpha, VSX ist VS Cosinus Alpha. Also VS Sinus Alpha plus Dreiviertel VS Cosinus Alpha mal 2 durch G. Das VS kennen wir, das ist 10 Meter pro Sekunde. Setzen wir es ein, dann kriegt man 2,48 Sekunden raus. Das ist das Erste. Dann setzen wir die zurück ein in die Gleichung 1' und kriegen sofort die Strecke R raus. VSX war ja VS Cosinus Alpha mal T. Dann ist R 19 Meter. H kann man sich direkt ausrechnen. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Die Beschleunigung, also der Beschleunigungsvektor, damit er nochmal da steht. Warum? Weil wir ihn da oben brauchen. Hier, also in der Gleichung da, ist Minus G in Y-Richtung. Das einmal da steht. Eingesetzt haben wir ihn eh schon überall. Und dann kriegt man aus der Gleichung, die jetzt bei mir hier 3 ist, ja genau, einen Zusammenhang für das VB. Links steht ja die Geschwindigkeit am Ende. Das ist das VB-Vektor. Also VB in X-Richtung. Sollte man vielleicht VB X in X-Richtung nennen. Sonst kann man es nicht einmal unterscheiden. V0. Naja, das V0 ist natürlich das VS X. Beides in X-Richtung. Dann kann man die X-Komponenten ja weg und das als Skalare, also weg streichen und das als Skalare anschauen. Dann ist klar, was ohnehin klar sein sollte von Anfang an, dass nämlich in die horizontale Richtung nichts passieren kann mit der Geschwindigkeit. Ohne Luftwiderstand kann es sich nicht ändern. Also ist auch das VB X V S Cosinus Alpha so wie oben beim Abheben. Nämlich 7,66 Meter pro Sekunde. Und in die Y-Richtung, dann mache ich gleich den Koeffizientenvergleich und erspare mir diesen Vektor EY. Ist das V0 VS Sinus Alpha. Und A ist Minus G, also Minus G mal T. Die kennen wir alle. Dann kriegen wir für das VBY ebenfalls einen Wert raus, nämlich Minus 17,9 Meter pro Sekunde. Und dann ist noch gefragt, der Betrag, also der Pythagoras, der ergibt sich zu 19,5 Meter pro Sekunde.